So und damit wieder ein herzliches Willkommen und diesmal tun wir jetzt mal die Punkte einsammeln. So ja, mal die Punkte, genau. Aber ich glaube mit dem Motorrad ist es wieder besser dran, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil wenn man da so die BGT auch noch so herumfahren, dann ist es sicher ganz schön, als wenn man so mit einem Gatschupfer sozusagen draufpedal für mich will, und ja, als würden wir natürlich auch kommen, also, also Wetter mal kommen. Untersuchungen wurden eingeleitet, um zu klären, ob das Unternehmen Invite mit dem ehemaligen Kongressabgeordneten Mark Thrust tatsächlich versucht hat, die aktuellen Kongresswahlen zu manipulieren. Beweise für dieses Vergehen lieferte die umstrittene Hackergruppe DedSec. Aufgrund dieser Beweise wurde die Wahl inzwischen verschoben. Schau dir mal, diese Jungs von Dechzig. Ah Wahnsinn, die können verhaftet, die können vernichtet. Ja, so wird das mal nix. Jetzt wüs mal die sagt. Na, da ist von da, da 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 da, da da so, da so, da so, da so, da so, ja. Zuck, 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 zuck. Na, da glaube ich trotzdem nett drauf kommen. Zuck. Ja, so wieder mal schauen, aber... ...runter runter? Nee. Aber es war mal ein guter Versuch. Also, das muss man auch wieder dazu sagen. Okay, ein bisschen vielleicht schauen, vielleicht... Vielleicht kommen wir da vielleicht irgendwie durch eine Leiter oder sonst wieder rauf. Einfach mal nur mal rundherum ein bisschen durchgucken. Oder vielleicht was geht. Vielleicht muss ich da oben erst. Zack, zack. Und zack. Oh, ja, ja, ja. So geht's sicher, so geht's sicher. Und zack. Und zack. Und zack. Fragen wir hier aber nur auch, ob man das vielleicht auch mit der Drohne machen könnte. Bis der Partei hat sich noch in den Schädel. Kragbuch, perfekt. Na, Fick. Warte, vielleicht kann man mit D... Schauen wir mal ganz kurz, weil dann... Gibt's da sicher so eine... Eine Kleinigkeit, die wir da auch dann hier vernehmen könnten. Nee. Das müssen wir wirklich mit dem und dann annehmen. Ja. Aha, da haben wir jetzt einfach mal so einen Forschungspunkt. Oder warte. Zack, zack, zack. Und... Ja, perfekt. Ja, mal komplett neu gegangen. Zack. Zack. Hm. Ja, so jetzt die Forschungspunkte, aber wir bräuchten die Coolen. Nein, die Coolen sind wichtiger, glaub ich. Oh ja, die Coolen sind viel wichtiger für uns. In dem Moment. Aber wenn ich da jetzt so auffahrein, ich bin haupt, ob wir dann aber besser finden können. Ja. Jetzt schon mal... Aber das sind so wenigstens gar nicht. Werfen wir hin. Na ja, der wird doch ein Jahr. Aber das war ja noch nicht. Ich brauche ihn nicht. Man muss das nicht nur in den anderen Reisen. Aber so, er wird es jetzt zufällig sein. Oder doch? Klopf, klopf! Klopf, klopf! Da hat mir eine heruntergeland! Oh, ne! Sucht er mich jetzt zufällig oder nicht? Ah, er verpiss sich einfach. Ich glaube, es sucht mich, wenn... Wenn, dann, glaube ich, sucht er mich eher als wie... Dann wird eine heruntergeland! Daher vermutlich ein bisschen ausprobiert und so... Aber es dauert schon dann! Warte kurz! Sieht man ihn vielleicht irgendwie so durch? Das könnte er vielleicht sein... Ha! Ist jetzt wirklich eine sehr gute Frage! Ah, da ist er! Ja, okay! Oh, zack! Wenn ich da jetzt so bei einem Schienen gewirr... Ich glaube, ich fühle mich jetzt dann, glaube ich, nicht viel eng! Äh... Probieren wir's mal! Probieren wir's mal! Also... Oh, das ist ein Urschliefer, wenn das jetzt kurz davor dann... Moment, da klar! Hast du das gesehen? Moment, ich muss ran suchen! Ja, warte! Sorry! Okay, ja, 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 ja! Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut, ist gut! Nein, erzähl weiter! Was war das? Nein! Oh, nein! Oh nein! Na ja! Komm, 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 komm! Scheiße! Nur noch 10 Uhr zur Hände! Komm, 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 komm! Wenn er jetzt... Nice! Mist! Nein, erzähl weiter! Was war das? Oh nein! Oh nein! Na ja! 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 Hahaha! Geschafft! Vollständig! Servus! Servus, Kirsti! Hahaha! Äh, war ja gegangen! Hahaha! Ah, cool! Na, sicher waren wir schon mal bei Situ, eh! Es war wegen dem... Oh! Na, fix waren wir schon mal dort! Ich mein, so wir waren ja noch nie dort! Oh, Mann! Die Frage ist nur... Wenn wir da jetzt... Ah, warte kurz! Mach mal da mal auf! Hahaha! Also, das kann sicher fix jeder! Schon jeder tut 15! Aber gar... Oh, Mann! Jetzt kann man da nicht durch! Shit! Wie war denn sonst da? Drohne können wir jetzt da nicht wirklich aktivieren! Damit wir da jetzt... drauf gekommen! Aber ich fand das jetzt so genial! Und da hat einfach mal sogar stehen geblieben! Aber es war extrem gut! Also... Wo wir gestanden sind! Also... Ich glaub das hätte nicht wirklich jeder jetzt da so herausgefunden! Aber es ist ja auch ein Arsch! Wenn da so viele sind! Das sind ja wirklich... Eine Menge Leute hier gewesen! Und so! Wäre sicher nicht wirklich jetzt grad einfach! Ja! Mich da jetzt zu finden! Aber ich würd da wirklich gern... Da rein oder so! Oder wenigstens schauen, dass ich da jetzt da das... Eine sammeln könnte! Ja! Puh! Jetzt... Ja! Das wird dann wieder... Eine schwere Geburt! Wenn wir da jetzt dann endlich dann mal auch... Hier rauf kommen würden! Ich mach grad jetzt die Drohne! Zack! Dass wir schauen können, ob sich da so irgendwie... Was tut! Dass man da so quasi so einen... Eingang findet und so! Schaut nicht... Achso! So, so, so! Ah! Okay! Also kann man's auch hacken! So ist das! Ja! Wenn man das zum ersten Mal macht, ist es natürlich ein bisschen... Schwieriger! Klar! Aber ich hoffe, wenn wir dann alle schwarzen Punkte gesammelt haben... Das wird dann noch wirklich fertig sind! Dann hoffe ich mal! Das hoffe ich dann wirklich! Aber es wäre natürlich auch nicht schlecht! Also das sieht man dann wenigstens dann auch mal so auf der Karte! Weil das ist jetzt mal so ein wichtiger Forschungspunkt! Den was wir brauchen dann! Weil da kriegen wir dann fix irgendwas! Oder vielleicht kriegen wir doch mehr! Kann ja auch sein! Also was ich so im Gefühl hab, dass das schon... Mehr kriegen! Oder... Entweder halt mehr! Oder halt... Quasi... Eine spezielle Funktion! Ah, Mann! Das haben wir auch mal unser Taxi fladen! Das haben wir auch mal gesagt! Wir müssen ja unbedingt mal Taxi fahren! Und der ruft schon aber... Fahrt tut sich jetzt wirklich arsch ein bisschen! Das wird sich wirklich ein bisschen probisch haben! So! Da fahr ich mal auf! Scheiß auf die Kurve! Und zack! Oh! Das ist kaputt! Perfekt! Das ist kaputt! Oh, f.. f... 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 Ja, besser das so... weil wir sind schon auf dem Ort, zu dürfen... und die wir ja nicht wirklich quenzen Geräusche der Realien. eben ich will nicht drüber dort bei mir sind wo er noch wo ist dort noch immer der rote bereich Ach schon. Ich frage jetzt nur, wie viele sind aber auch dort. Das ist ja auch wieder das... Wenn da eh keiner dann dort ist, und wir holen uns das einfach. Na, moin! Ach, wie kommt der durch? Ach, gescheiße! So. Okay, es sind aber trotzdem ein paar, aber ist jetzt nicht wirklich tragisch. Kommen wir da durch? Nee, kommen wir leider nicht. Demi ist es halt. Ein kleines Fernsekmobil da. Vielleicht den durchschoppen. Haha. Ist das so wütig? Aber jetzt hab ich mir schon gedacht, wir bleiben hängen. So, zack. Und wieder die Kerndaten. Und kriegt man was Neues? Ja. Wir haben was Neues. So, einmal. Und... Profi-Fernsteuerungstechnik. Zack. Kannst doch gleich mal herzeigen, was das genau ist. Ah, ja. Mhm. Finde die Ablenkzeit des Jumpers und des... ...Hatrokopters. Okay, ja. Sorry. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kann man lassen. So, das nächste rote Pünktchen... ...ist wieder da. Wollen wir dann einfach nur so halt was kriegen. Nee, 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 nee. Wir müssen da schon aufhören. Zack, 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 zack. Ich werde das jetzt aber mit den Forschungspunkten, dass das auch jeder finden kann, in eine separate Folge reinpacken. Da ist das dann halt ein bisschen geschnipselt und da rede ich dann halt einfach irgendwas. Also, nicht so, dass es jetzt wirklich jeder dann eine Ewigkeit braucht, dass man das jetzt sucht. Sondern mach ich dann eh einfach. Die Forschungspunkte, die kriegt man auch so. Also, das ist jetzt nicht so tragisch, wenn... Das können sie ja auch selber suchen. Also, das ist jetzt nicht wirklich... Geh heim und fick dich selbst! Okay, ich gebe... Erst. Deine Leute, die haben sich selber gefickt jetzt, oh mein Gott! Die Jagd beginnt! Oh, shit! Wie viel hat der bitte geschluckt? Ja, der hat's geschluckt, dann bist du... Ich glaube, das ist seine eigene Mutter. Aber die Mutter will ich nicht erleben. So wie der alles gewissen hat, ist schon riesenig Schlimmes. So wie man es ja auch gerne möchte, kein Problem. Aber ein bisschen Spaß muss sein. So, zeig! Und Gott! Wie heiss! Na, da haben wir halt wenigstens noch ein paar überlebt. Erst, ich bin ja... Weg! 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 Weg, und schau schau! Schiffy! Weg! Weg! Gob! Weg! Weg! 멋! Die Frage ist nur, ob der Dicke dabei ist oder nicht, weil sonst kann das dann doch ein bisschen Arsch werden. Aber trotzdem, ich will die andere Waffe. Ja, jetzt haben wir's. Zack, 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 zack. Was ist... Uuuuh, perfekt mal gemacht. So. Nice. Oh, wir hätten noch die Drohne nehmen können. Also wäre es jetzt auch nicht zu tragisch. Aber dafür haben wir jetzt mal die perfekte Waffe. Können wir schon mal auch unser nächstes Ziel aussuchen. Ja, dann haben wir auch gleich mal das. Dass wir jetzt mal nur uns derweil auf die schwarzen Punkte konzentrieren. Also das ist jetzt mal mein Ziel für derweil. Also wir haben ja sehr viel zu tun auch. Raus! Normalerweise, ja, die Nebenmission sollte ich jetzt angehen, aber... Jetzt haben wir auch schon so viel Story gemacht. Jetzt sollten wir auch mal was für die Welt tun und so. Und vielleicht hilft das ja das eine oder andere, ja. Aber ich will ja das ja doch auf 100% schaffen. Und... Naja, natürlich auch's ganz nett. Haha, Schatz und die war's. Cool. Frag mich auch, bis da mit DLCs ausschaut, ob das dann... so ein eigenes DLC, wie du so einen kleinen Story DLCs... mit Ray oder dich mal... mit wem anderen. Frag mich denn noch mal schon. Vielleicht das eine oder andere oder vielleicht auch noch... dazu kommt... oder... jetzt auch nicht so. Ich so einfach so... Missionen... Muster zum Beispiel... Online oder Hacking... oder... Blablabla, ein bisschen Rätsel... Ist ja alles nicht so schlecht. Aber Hauptsache es kommt hin, was, weil wir nicht schon die Golde Tisch schnappen, dann will ich auch dafür was auch... aber auch was gescheitzt. Weil... so was gibt man dann sonst... äh... 30, 40€... als für ein DLC, wenn man dann eigentlich eh... nur scheiße kriegt. Check. Check. Und... Nice. Zum Beispiel... Einer der Dealses, was mir am besten gefallen hat... glaub ich war sogar der von... Fallout 4. Obwohl ich nicht äh... wirklich jetzt grad wie gespielt hab... Fallout 4. Aber trotzdem... War schon ganz schön nice. frag mich, ob das zum Mitnehmen ist... oder ob ich da einfach reinfliegen kann... äh... So, zack. Fliegen wir da einfach trotzdem. Unter, 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 unter... Ja? Ja, 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 ja. Jetzt haben wir's. Boah, das fliegt ja wohl schnell. Zack, zack, zack. Oh, warte, 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 warte. So. Und Ecken. Erfekt. So und... Nö, 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 nö. Wir wollen das uns darauf zaubern. Da haben wir dann auch wieder was. Oh, da haben wir gleich wieder einen Forschungspunkt. Perfekt. Und auf geht's. Wir haben eigentlich regelrecht sehr viele noch. Also wie viel haben wir denn genau? Ich glaube 23 habe ich vorhin gelesen extra. Also ich weiß, ob wir dann eh regelrecht genug haben. Und deshalb fahre ich da jetzt auch mal so die kurze Strecken ab. Weil ich dann die Hoffnung auch hab, dass wir vielleicht den ein oder anderen Vorschungsbuch dann auch noch dazu kriegen. Und dann auch noch mal so weiter. Ich denke mal, wir wollen jetzt nicht mal so. Warte, wenn wir mal so was estamos machen. Wie viel Geld verdient hat. Was ich wirklich stets? Ich habe ja auch mal so. Ich habe eine Frage, ich habe das. Ich habe mich nicht gewonnen, das ist nicht besser. Ist ein paar, es ist ja auch nicht mehr, und es geht in der Region. Das ist ja nie. Gleiches, das stimmt ja. Ich bin der, der das Immobilie doch rummulend lang fährt. Das er doch auch so ein bisschen der schnellste Weg ist. Aber da haben wir mal das. Ich würde sagen, ich gebe jetzt mal die Drohnen. Dass wir auch ein bisschen den Standort kennenlernen. Aber auch... Okay, das müssen wir nehmen. Da hätte ich gesagt, dann nehmen wir dann einfach mal das Fahrzeug zur Hand. Trotzdem müssen wir da vielleicht gleich kurz herumscannen. Ah ja, von wo machen wir das jetzt? Das ist ja auch schon eine gute Frage, von wo beginnen wir hin? Ach, scheiß drauf. Wir nehmen einfach das Fahrzeug. Perfekt. Mit den ganzen Spielzeugen. Okay, und wupp. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Denn hinter mir wäre so ein kleiner Schub wäre oder so, wo man dann so schneller fahren könnte. Das ist was das jetzt war. Aber anscheinend wieder eine nette Explosion. Das ist eine Mission. Das ist die Möglichkeit, das ist ein kleiner Schub. Das ist eine große Schub. Das ist die Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit, die Leute zu spüren. fahren aber ich habe das gefühl dass mich dann sowieso der andere kriegen wird aber warten wir mal ab warten wir mal ab ist das nice so sind alles so knapp er hat es dürfen bis 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 und alle drei welche jetzt nicht wirklich da so machen können aber ich glaube das ist jetzt meine chance ich glaube das ist die chance muss ich jetzt nicht perfekt und weg damit geschafft aber nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht sicherheitssystem abschaltung perfekt das haben wir sie hier sehr gut gebraucht also nur noch mal kurz für alle fälle auf der karte zack zack so dann müssen nächste nehmen dann das unter mhm ja die muss einfach das da sicher nicht schlecht das ein oder andere fahrzeug dürfen wir auch nicht dann liegen lassen also unser kleines baby hier und und nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht so oh die polizei hat sich versuchte schon bei irgendeinem Blätseln sonst ich bin schneller ja geschützene polizei die will jeden töten wir das ist ja wahnsinn einfach nur wenn man schwarz ist frecher vier jetzt bleib ja was dauert jetzt haben wir dann wir haben ich hier steht wir sitzen nominee jetzt gerade ausbauen blau holen ob es für den mit den Wiener und durch der Kapitel getötet wird die Köpfung auch die neue Schäuze ist vor allem ich war ja schon wieder die die wir er ist schießt was hallo wir haben wir sehen die Sprenger von Mann m der Partei ist der anderen sind ich bin nur auch mal kurz die Drohne und schon auf mit uns A reinkommen wir mal so nicht müssen wir hier mal kratzen von oben kommt auch nicht rein da müssen wir da hinten von unten da ist glaube ich mag es mal dran so da wäre man das Eingang wäre man nicht zu viel nutzen können das auch nicht ok ah oh das glaube ich eine Möglichkeit wenn man da jetzt so zack 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 ok da will ich hm hm oh was haben wir denn dort schönes oder laufen wir einfach mal dorthin da bin ich jetzt wirklich gespannt aha sprechen aha da haben wir jetzt wieder was neues entdeckt ah ok da müssen wir schön drauf aufpassen auf die orangenen sachen weil nicht dass wir da vielleicht irgendwie was verpassen unterwegs aha ok ja uiuiuiuiuim herter werden wir nur ganz kurz noch mal die rohne mhm und da können wir mal Warte kurz, komm wieder zufällig rein? Ich glaube nicht, dass wir zufällig reinkommen oder so, ne? Schade. Aha, da könnte man mal reinfahren. Aber ich glaube, das ist eher was fürs Fahrzeug. Aber ich glaube nicht, dass wir das Fahrzeug noch mal sehen, wie man da reinkommt. Ja. Da muss das Fahrzeug... Ja, okay, okay. Aber wie bringen wir jetzt das Fahrzeug da rein? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ne, 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 ne. Jetzt ist schon wieder das Falsche. So. Ja, da musst du nicht warten, Chris. Warte, wo war das noch mal? Gehen wir mal in der Seite. Ja, genau. Vielleicht irgendwie das so rauf fahren. Na. Okay, ich weiß, man kann höher springen dann später. Das weiß ich. Hm. Hm. Ein Fahrzeug wäre natürlich am besten ein ideales Fahrzeug. Zum Beispiel das jetzt. So, das geht jetzt mit. Dankeschön. Insel. 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 Oh Scheiße. So. Das Pflicht. Vielleicht. Hilfen könnte. Das ist jetzt ein bisschen fraglich. Aber, ähm. Das ist so, eh, es ist so gut meine Überlegung wert, ob das Pflicht gehen könnte. Also. Das ist so, das ist es, das ist alles. Einmal aufwachen. So, wieder. Oh, fuck. Ah, ist auch noch wieder zu niedrig. Wenn wir da jetzt... Okay, ich glaube, da müssen wir davor was anderes machen. Ich glaube, da müssen wir davor wirklich... ...den... ...Forschungspunkt... ...für höheres Springen haben. Das wird sonst nichts. Weil die haben das da so drauf aufgelegt. Na gut, na gut, na gut, na gut. Muss ich sagen? Einfach mal so... ...dass wir mal die Kerndaten einfach mal so erwischt haben. Wegpunkt entfernt. Ja, ist nur die Frage, wann kommt der endlich, der Geschissen? Oh, jetzt sieht das... ...bescheuert aus. Oh, was sind diese Autos? Nein, ich brauche einen Krankenwagen. Das ist ein Notfall. So, zeigt. Oh, fährt sich aber schon. Recht hot. Du bist da,ist du immer so drauf. Immer so drauf. Ja, ich bin. Und du bist da. Ach, so... Na.